Liebe Studierenden, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie die Regressionsanalyse funktioniert. Dazu brauchen wir zwei Variablen, eine unabhängige Variable x und wir möchten den Wirkungszusammenhang mit einer abhängigen Variable testen. Das heißt, wir haben eine Hypothese, dass eine unabhängige Variable auf eine abhängige Variable einwirkt. Dabei wird die unabhängige Variable x häufig auch als Regressor bezeichnet, die abhängige Variable als Regressant. Wir möchten den linearen Wirkungszusammenhang zwischen diesen zwei Variablen testen. Dazu benötigen wir drei Voraussetzungen und zwar einmal ist der Stichprobenumfang groß genug. Das heißt, ist unser n, unser Stichprobenumfang, größer als 50 plus 8 mal k, wobei k die Anzahl der unabhängigen Variablen darstellt. In unserem Beispiel haben wir n gleich 190. Wir haben 190 Personen befragt und das ist auf jeden Fall größer als 50 plus 8 mal 1. Wir haben nämlich eine unabhängige Variable, sodass wir einen ausreichenden Stichprobenumfang zur Verfügung haben. Dann besitzen die unabhängigen und abhängigen Variablen genug Streuung. Das haben wir getestet in der deskriptiven Statistik, dass die Standardabweichungen über 0 sind, das heißt, dass sie positiv sind. Eine weitere Voraussetzung ist auch noch, dass die abhängige Variable metrisch skaliert ist. Wir haben in unserem Beispiel die zwei folgenden Variablen ausgewählt und zwar haben wir Personen befragt, wie technikaffin sie sind. Sie konnten das auf einer Skala von 1 bis 7 angeben, wobei 7 der höchste Wert war. Das war eine Ratingskala, damit war sie intervallskaliert und metrisch. Wir haben gesagt, dass die Technikaffinität eine Wirkung hat darauf, inwieweit die Personen bereit sind, eine neue Technologie im stationären Handel auszuprobieren, beispielsweise das mobile Bezahlen. Auch das haben wir auf einer Skala, einer Ratingskala von 1 bis 7 getestet, wobei 7 wiederum der höchste Wert war. Bei einer Regressionsanalyse geht es nun darum, eine Regressionsfunktion zu schätzen. Das möchte ich Ihnen nochmal grafisch darstellen. Und zwar haben wir einmal auf der x-Achse abgetragen unsere unabhängige Variable, die Technikaffinität, und auf der y-Achse die abhängige Variable der Nutzungsbereitschaft der neuen Technologie. Stellen wir uns jetzt vor, wir haben 6 Probanden und tragen die Werte, die diese Probanden angegeben haben, bei beiden Fragen, bei beiden Variablen, einmal in diesem Diagramm ein. Dann könnten wir uns vorstellen, dass wir durch diese Punktewolke hindurch eine Gerade legen, die möglichst wenig Abstände, möglichst wenig Abweichung von der Gerade zu den einzelnen Punkten hat. Das heißt, wir schätzen die folgende Regressionsfunktion, und zwar y, das ist die Nutzungsbereitschaft, schätzen wir ab durch Alpha plus Beta mal x. x haben wir ja bereits diskutiert, das ist unsere Technikaffinität. Und hier haben wir noch jetzt mal eine weitere Variable, das ist unser Epsilon, unser Error Term, und zwar ist das genau der Fehler, der durch die Abweichung der Punkte von der Gerade zustande kommt. Das nennen wir auch Residium oder Fehler oder im Englischen, wie gesagt, Error Term. Die weiteren Parameter in der Geradengleichung sind das Alpha und das Beta. Das möchte ich nochmal an einem neuen Schaubild jetzt zeigen, und zwar haben wir hier das Alpha, unsere Konstante, das ist auch gleichzeitig der Schnittpunkt mit der y-Achse, und dann haben wir, wesentlich wichtiger noch, das Beta. Und zwar ist das Beta die Steigung, die sich ergibt, wenn wir Delta y durch Delta x teilen, sodass wir die Steigung dann angegeben haben als Beta Delta y durch Delta x. Das Beta ist gleichzeitig unser Regressionskoeffizient, der nun so wichtig ist für unsere Regressionsanalyse. Diesen Regressionskoeffizienten können wir nämlich testen, und zwar lautet hier die Hypothese in Kurzform einmal die Nullhypothese, dass Beta gleich Null ist. Das würde dann aber bedeuten, dass wir eine parallel zur x-Achse verlaufende Kurve haben, beziehungsweise Gerade haben. Das bedeutet, dass je mehr x wir haben, sich das y überhaupt nicht verändert. Das heißt, Beta ist gleich Null, dann haben wir keinen Einfluss von x auf y. Das ist die Nullhypothese, hier eben negativ formuliert, die wir möglichst verwerfen möchten, um H1 anzunehmen. Diese lautet dann, dass Beta ungleich Null ist, dass Beta beispielsweise ansteigen kann. Das heißt, in diesem Fall hätten wir ein positives Beta, es gibt aber auch negative Beta, dann haben wir eine fallende Gerade, auch dann gibt es einen Einfluss von x auf y, der dann aber negativ ist. Die Hypothesen kann man auch nochmal ausformulieren. H0 bedeutet eben, es gibt keinen linearen Wirkungszusammenhang zwischen der unabhängigen und der abhängigen Variable. Und H1, es existiert ein linearer Wirkungszusammenhang zwischen der unabhängigen und der abhängigen Variable. Ziel des Forschers ist es immer, H0 hier abzulehnen, weil wir natürlich nach Wirkungszusammenhängen suchen. Wir sollten noch zwei weitere Gütekriterien ins Auge fassen, und zwar einmal das Bestimmtheitsmaß, das sich R² nennt. Das gibt die Güte der Regressionsgleichung an. Und zwar möchte man ja die Streuung in dieser Punktewolke möglichst gut durch diese Gerade erklären, sodass die erklärte Varianz im Verhältnis zur gesamten Varianz das R² unser Bestimmtheitsmaß ist. Und das sollte möglichst groß sein. Das R² ist zwischen 0 und 1 normiert und sollte eben, ja, je größer das sein, desto besser ist es dann letzten Endes. Ein weiterer Test ist der F-Test mit unserer ANOVA, der Analysis of Variance, unserer Varianzanalyse. Die testet die Güte des Gesamtmodells, das heißt, wie gut liegt sich die Gerade in die Punktewolke. Und hier geht es insbesondere darum, dass mehrere unabhängige Variablen existieren im Rahmen einer multiplen Regression. Das heißt, wir haben mehrere Beta-Faktoren. In unserem Fall ist es gerade nur einer. Hier lautet die Nullhypothese, dass alle Beta-Faktoren gleich 0 sind und H1, dass wenigstens ein Beta-Faktor ungleich 0 ist. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz in SPSS an, wie man das berechnet. Hier habe ich schon mal unsere beiden Variablen markiert und gehe jetzt auf Analysieren, Regression, Linear. Klicke es an und suche mir dann hier in der linken Seite in meiner Variablen-Auswahl die relevanten Variablen. Jetzt muss ich mal gucken, wo sie sind. Da haben wir sie. Einmal die Nutzungsbereitschaft haben wir hier. Das war unsere abhängige Variable, die wir erklären möchten. Und die Technik-Affinität als unabhängige Variable. Das heißt, je technikaffiner die Leute sind, desto eher sind sie bereit, die neue Technologie zu nutzen. Wir klicken einmal auf OK und haben hier das Ausgabefeld. Ganz oben haben wir einmal die Zusammenfassung. Wir haben die Einschlussmethode gewählt und die eingeschlossene, aufgenommene, unabhängige Variable ist die Technik-Affinität. Danach haben wir die Modellzusammenfassung. Und zwar haben wir hier einmal unser R² mit 0,428. Das ist schon recht gut für eine Querschnittanalyse. So ab 0,3 wird es wirklich ganz gut. Man sollte es aber immer das R² im Vergleich zu anderen R² aus anderen Modellen betrachten. Hier haben wir nur ein Modell betrachtet, sodass wir hier keine Vergleichsmöglichkeit haben. Ein Hinweis noch, bei der einfachen linearen Regression, wie wir sie hier durchgeführt haben, ist das R hier, der Korrelationskoeffizient von 0,654. Und wenn wir diesen quadrieren, erhalten wir unser R². Das heißt, wir erhalten die 0,428. Im nächsten Feld haben wir den F-Test mit der ANOVA. Hier haben wir unseren F-Wert angegeben und haben hier dann das Signifikanzniveau angegeben. In Bezug auf die Hypothese, dass alle Beta-Faktoren, die wir betrachtet haben, gleich 0 sind. Diese Hypothese müssen wir verwerfen und die Alternativhypothese auf jeden Fall annehmen, dass eben mindestens ein Beta-Faktor ungleich 0 ist. Das sollten wir auf jeden Fall dann annehmen. Das heißt, die Nullhypothese wird verworfen, da wir ein Signifikanzniveau von unter 0,05 haben. Ganz wichtig ist das Feld hier unten, der Koeffizienten. Und zwar haben wir hier einmal die nichtstandardisierten Koeffizienten. Wir haben die Konstante in der ersten Zeile eingegeben, 1,736. Und dann den Regressionskoeffizienten Beta mit 0,658. Das heißt, dieses sind unser Alpha, die Konstante und das Beta, was wir in unsere Regressionsgleichung eingeben könnten. Gerade für die Multiple Regressionen würde ich Ihnen immer empfehlen, die standardisierten Beta-Koeffizienten, Regressionskoeffizienten zu verwenden. Das ist fast gleich hier in diesem Fall. Aber Sie können, wenn Sie mehrere unabhängige Variablen haben, hier besonders die standardisierten Koeffizienten verwenden und diese miteinander vergleichen. Ganz wichtig ist noch hier der Test, der T-Test des Regressionskoeffizienten. Hier lautete die Hypothese, dass der Regressionskoeffizient gleich 0 sei. Diese Hypothese müssen wir verwerfen und die Alternativhypothese annehmen, dass der Regressionskoeffizient ungleich 0 ist. Das sehen wir ja auch hier in unserem Fall von 0,654. Das ist ja ziemlich weit weg von der 0. Von daher wird die Nullhypothese hier verworfen und die Alternativhypothese angenommen. Das war es erstmal zur einfachen Regressionsanalyse. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei Ihren Regressionsanalysen.